Liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit dem Thema, wie ihr Anhänger aus Torgast wiederbekommt, die ihr für euren Pakt freigespielt habt und dann den Pakt wechselt. Denn die Dinger, die ihr in Torgast bekommt, sind größtenteils faktspezifisch. Heißt, sie sehen zum Beispiel bei den Kirianern aus wie Kirianer und dienen euch dann beim Missionstisch als Helferlein. Jetzt ist es so, wenn ihr den Pakt wechselt, verliert ihr diese, aber es gibt eine Option, wie ihr zumindest ein paar wiederbekommen könnt und das gucken wir uns jetzt an. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit los geht es. Wenn wir uns jetzt mal den Missionstisch angucken, natürlich muss man den erstmal freischalten, sehen wir hier, ich habe tatsächlich zwei Gefährten mitgenommen. Das sind Fleischklops und Crowman, sowie Nia, die ich jetzt mal standardmäßig habe, weil sie eben mein Nightfake-Cumpane ist, den ich über die Ruhmstufen freischalte. Crowman und Fleischklops waren jetzt welche, die man in Torgast gefunden hat, die ich über die Kirianer schon hochgelevelt habe. Und da ich hier, oder da das keine spezifischen Kirianer-Anhänger waren, werden die zu den Nightfake übernommen, was in meinen Augen ganz nützlich ist, vor allem da sie noch das Level auch beibehalten, was dafür sorgt, dass man tatsächlich auch schon gleich höherstufigere Abenteuer abschließen kann. Und die Truppen auch auf einem, ja, ich sage mal, etwas höheren Level sind. So, dann, das hier kennt ihr standardmäßig, das sind diese 0815-Tutorial-Missionen, die euch das Ganze erklären. Aber es fehlt noch ein bisschen was. Ein paar der Anhänger schaltet ihr natürlich erst über die Pack-Kampagne frei, beziehungsweise sind das dann eure Seelenbande. Wir sehen jetzt zum Beispiel, wo haben wir es denn mal, irgendwo kriegt man Abenteuer, hier, Gefährte Tesan auf Stufe 12. Das sind diese Abenteuer. Aber es gibt noch eine Option und das zeige ich euch jetzt. Erst. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal nach Torgast und sehen hier in der Eingangshalle schon mal Jeralia, ein Mob mit Ausrufzeichen über dem Kopf. Und die können wir dann als unsere, ja, ich sage mal, Partnerin, Begleiterin auswählen. Sie ist das Äquivalent zu einem Anhänger, den ich vorher für die Kirianer gewonnen habe. Und auf diese Weise kann ich mir hier in der Eingangshalle von Torgast regelmäßig, beziehungsweise wenn ich vorher jemanden hatte, kann ich mir dann das Gegenstück zu meinem Pakt, dann hier in dieser Eingangshalle wieder abholen. Daher mein Tipp, wenn ihr Anhänger hattet aus Torgast, schaut auf jeden Fall mal in der Eingangshalle von Torgast vorbei, wenn ihr euren Pakt gewechselt habt. Im Idealfall steht dann da ein NPC, den ihr wieder für euren neuen Pakt gewinnen könnt und ihr startet schon mal direkt mit mehr Anhängern als vorher. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.